Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Ich bin der André und darf euch heute hier diesen Skoda Karok vorstellen. Das Kollege ist aus 2021 und im Video soll es vordergründig tatsächlich um den Zustand gehen. Für die Leute, die von weiter weg kommen und sagen, hey, ich hätte Interesse am Fahrzeug, ich hätte es gern angeliefert oder irgendwas. Ich denke, über das Video sieht man da schon sehr viel. Wir probieren wirklich jeden Kratzer, jede Beule, jede Delle, wenn wir denn was finden, für euch einzufangen, um das einfach transparent als möglich zu machen. Wer sich interessiert, was hier alles an Ausstattung drin ist, der schaut mal bitte auf den mobile Link. Das heißt, oben ist die Infobox, da wird er weitergeleitet zur mobile. Und solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug noch zum Verkaufen. Dort könnt ihr alles nachlesen, was der so mitbringt. Also es ist doch einiges. Insgesamt, wie gesagt, steht er richtig gut da. Ich würde dem Ganzen hier einfach auch eine Eins geben, weil hier ist einfach nichts dran. Dafür, wenn er doch 25.000 Kilometer gelaufen hat, ist er wirklich super hübsch und einfach, wie soll ich sagen, sieht unbenutzt aus. Das bringt alles an Annehmlichkeiten mit, was so ein Auto braucht. Hier ist nichts abgegriffen, abgeranzt, durchgesessen oder sonst irgendwas. Das haben wir auch schon anders gesehen. Ich denke, auch der Vorbesitzer war relativ leicht, weil selbst auch die Sitzwanne hier ist gar nichts dran. Also es ist einfach hübsch. Es wurde nicht geraucht, es ist kein Hundeauto oder sonst irgendwas. Ich mache immer gerne die Geruchsprobe für euch. Hinten habt ihr jede Menge Platz im Innenraum. Es ist wirklich ein schönes Auto für die Leute, die sagen, hey, ich brauche irgendwie was Größeres, weil ich habe zwei Kinder oder so und will trotzdem irgendwie was Sportliches. Ein bisschen höher ist das, denke ich, hier das richtige Auto. Eine schwenkbare Hängerkupplung gibt es auch. Die haben wir schon mal rausgefahren. Wir haben die Rückfahrkamera. Einen riesigen Kofferraum. Hier passt einiges rein mit doppeltem Ladeboden. Man kann die Rücksitzbank umklappen. Da ist das Kofferraumblumen noch mal ein Stück größer. Und was mir bei dem persönlich wirklich gut gefällt, hier ist nichts großartig in Chrom dran, als vorn und hinten die Blende. Alle anderen Anbauteile, wie die Fensterrahmen, die Felgen, die Dachrelinge, die Spiegel, das Grillformen, das ist alles in schwarz. Sieht wirklich cool aus. Also ist wirklich ein hübsches Auto. Und ich denke, da wird auch nicht ganz so lange stehen. Von daher, wenn wir das Interesse geweckt haben sollten, lasst es uns gern wissen. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Wir beantworten euch alle Fragen, die ihr wissen wollt. Das heißt, vielleicht wollt ihr ein Auto in Zahlung geben, sowas finanzieren oder wissen, ob es gecheckt worden ist. Wir haben auch hinten unsere hauseigene Werkstatt für die Leute, die sagen, ich möchte es gern kaufen und zu euch zum Service kommen. Wir haben hinten unsere Mechaniker. Die nehmen sich dem Ganzen an. Wir haben zweimal die Woche den TÜV mit da. Und von daher danke ich erst mal fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video. Macht's gut. Bye, bye.